So Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eure kurzen Haare gut stylen könnt. Zuerst müssen wir das mal mit dem Shampoo waschen, eure Haare natürlich, mit diesem Shampoo beispielsweise. Und ja, fangen wir mal an. Und das schmieren wir jetzt auf unseren Kopf. So, nun waschen wir unter den Kopf. So, jetzt müsst ihr eure Haare erstmal richtig trocken abtrocknen. Und ja. So, jetzt müsst ihr eure Haare mit der Spülung richtig erstmal durchspülen. Jetzt müsst ihr eure Haare erstmal richtig waschen. So, jetzt wie eben einfach richtig durchtrocknen. Und jetzt was ihr noch braucht ist ein Styling-Came. In unserem Fall ist das von Schwarzkopf Got2b. Und ja, das schmieren wir erstmal auf unsere Hand. Und jetzt schmieren wir es auf die Haare drauf. Damit es auch noch ein bisschen aufsteigt. Und können es in unserer bestimmten Form hoch stylen mit dem Kamm. Geräusche. Kleine. Cool's. Danke. Vielen Dank.